Jo, willkommen zurück. Dann wollen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Das wird auf jeden Fall unlecker. Ich habe da schlechte Erinnerungen, was danach kam. Bereit? Dann ran an die Panzerfahrer! Oh ja. Wobei, noch geht's ja. Aber etwas später dann hier. Ja, genau. Ab hier dann. Ich muss nämlich jetzt aufpassen, dass da niemand über die Brücke kommt. Das habe ich anscheinend aber geschafft. Das war früher des Todes. Ich habe es gehasst, wie die Pests sah. Das war scheiße. Richtig scheiße. Schön, dass er das speichert. Das war nämlich verdammt schwer immer. Ja, klasse. Jetzt geht das hier weiter. Was haben die da? Ist da deine Panzerfaust oder so? Ja, das war's. Oh. Wo kam der denn her? Oh, Mann. Oh. 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 T-Leffers, Feuer, hier! Immer dieselbe Stelle, irgendwie, das ist, äh, ja, naja, gut. Gucken wir mal, wie wir das machen hier. Hast du sowas, ne? T-Leffers, Feuer, Feuer! T-Leffers, Feuer, Feuer! Ich speicher jetzt hier mal. Hier gibt er ja die Panzerfaust. Komm schon, ey. Selber abgeschossen ist auch gut, ey. Ja, gib her, halt die Fresse. Kümmer du dich um die Sacknasen, Mann. Das war's, das war die letzte Panzerfaust. Okay. Hier! Hm, von wegen hast du noch eine. Wir entkommen jetzt endlich mal, oder? Wie sieht das aus? Was zur Hölle macht er? Äh, ja. Was ne Nummer. Zum Glück auch geschafft. Mag ich nämlich gar nicht. Na komm, das nächste Level können wir noch reingucken hier. Das ist aber nochmal so ne Action. Mach ich da jetzt erstmal Schluss. Ich speichere das mal eben. In der Pause. Aber, ja. Super Spiel, ne? Und, äh, bis denn dann.